Hallo, wie heißt du? Привет, как тебя зовут? Hallo, ich heiße Emma. Und wie ist dein Vorname? Привет, меня зовут Emma. А как зовут тебя? Mein Vorname ist Max und mein Nachname ist Müller. Wie ist dein Familienname? Моё имя Max, а фамилия Müller. Какая у тебя фамилия? Mein Familienname ist Schmidt. Wie geht es dir? Моя фамилия Schmidt. Как твои дела? Danke, mir geht es gut. Und wie geht es dir? Спасибо, я в порядке. А как ты? Danke, auch gut. Wie alt bist du? Спасибо, тоже хорошо. Сколько тебе лет? Ich bin 30 Jahre alt und habe mein Geburtstag am 20. August. Wann bist du geboren? Мне 30 лет и у меня день рождения 20. August. Когда ты родилась? Ich bin am 10. Mai 2000 geboren. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei und wohne derzeit in Berlin. Wo wohnst du? Ich wohne in Potsdam. Die Stadt liegt in der Nähe von Berlin. Я живу в Пotsdamе. Город находится недалеко от Берлина. Бисту verheиратет? Ты женат? Ja, ich bin verheiratet und habe ein Kind. Hast du Kinder? Да, я женат и у меня есть ребенок. Есть ли у тебя дети? Ich habe zwei Kinder. Einen Sohn und eine Tochter. Was bist du von Beruf? У меня двое детей, сын и дочь. Какая у тебя профессия? Ich bin Feuerwehrmann von Beruf. Und als was arbeitest du? По профессии я пожарный. А кем ты работаешь? Ich arbeite als Verkäuferin. Seit wann lernst du Deutsch? Я работаю продавцом. С каких пор ты изучаешь немецкий язык? Ich lerne Deutsch seit einem Jahr. Und lernst du Deutsch schon lange? Я изучаю немецкий язык уже год. А ты давно изучаешь немецкий язык. Ja, ich lerne Deutsch schon vier Jahre. Was machst du in deiner Freizeit? Ja, ich изучаю немецкий языk уже четыре года. Чем ты занимаешься в свободное время? In meiner Freizeit lese ich Bücher. Hast du Zeit für Hobbys? Leider hab ich keine Zeit für Hobbys. Kseżalieniu, u mene net vremeni na Hobbys. Wir können morgen zusammen ins Kino gehen. Завтра мы можем вместе пойти в кино. Gerne. Direkt nach dem Deutschkurs. С удовольствием. Сразу после курса немецкого языка. Danke und bis morgen. Спасибо и до завтра. Tschüss und bis morgen. Пока и до завтра. Пока. С estimation. Untertitelung des ZDF, 2020